Guten Abend, liebe Leute. Das Wodax Daily hat ja nicht so viel Spannendes zu berichten. Das Einzige, was heute passiert ist, ist eigentlich, dass ein Cast nicht stattgefunden hat, wo ich nicht weiß, warum. Ich glaube, da haben wir einfach einander vorbeigeredet, was die Terminabsprache abging. Dementsprechend werde ich mal sehen, ob das noch irgendwie abgeklärt werden kann. Aber ich habe heute gecastet mit Alice zusammen, Erste Liga. Das war relativ nice. Schöne Spiele dabei gewesen, auch schöne knappe Spiele teilweise, auch wenn 3 von 4 2-0 war. Ein paar waren ganz kurz, aber im Prinzip waren zwei sehr kurze und zwei interessante dabei, würde ich mal sagen. Und bin ich gespannt, was in Zukunft kommt. Die Woche wird jetzt auch relativ viel gemacht. Ich kann wieder reden, das ist gut. Dementsprechend wird viel gecastet. Morgen werde ich aber nicht casten, sondern morgen wird FanRack casten. Und zwar wahrscheinlich Liga 12 und Liga 8, weil bei Liga 15 beim letzten Spieltag noch 2 von 3 Spielen fehlen. Also wird es wahrscheinlich Liga 12 und Liga 8 sein. Ich werde morgen Nachmittag irgendwann anfangen zu lettern. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch rumgucken. Am Mittwoch 14 Uhr Stahlbolzen und ich Liga 10. Am Mittwoch um 21 Uhr Akuro und Sentry, Liga 11 und 13. Und dann haben wir am Donnerstag Stahlbolzen mit Liga 5 und 6. Freitag mache ich Liga 3 und Samstag Liga 2. Samstag wahrscheinlich mit Serrakis, wenn das so weit alles klappt. Und Freitag muss ich mal gucken, ob ich mir noch jemanden dazu finde oder nicht. Aber ja, einiges an Starcraft geht diese Woche. Ich hoffe, das passt dann auch alles so und da kommt nicht mehr so viel dazwischen. Und ja, das war es dann auch für heute. Ansonsten ging halt nicht viel. Ich war halt, wie gesagt, beim Vorstellungsgespräch. Das lief, glaube ich, ganz okay. Bin mal gespannt. Der Job an sich hört sich cool an. Aber entscheide ich ja nicht selber in dem Fall. Ansonsten geht es morgen wieder zur Arbeit. Deswegen gehe ich jetzt schnell ins Bett und wünsche euch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Kommt gut in den Dienstag. Zweiter Tag der Woche, relativ easy. Aber auch noch einiges zu tun mit zum Wochenende. Also ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.